Sie sind hier, 27. November 2018, 19.49 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern, Patrick Köppchen stößt in die 1000er-Elite der DEL-Verurheberrecht Imago, der 1000er-Club in der DEL hat ein neues Mitglied. Verteidiger Patrick Köppchen von der Düsseldorfer EG absolviert in Bremerhaven sein 1000-Spiel Patrick Köppchen von der Düsseldorfer EG ist am Dienstagabend als vierter Spieler der Deutschen Eishockey-Liga DEL, ausgewählte Spiele live im TV auf Sport1 in den 1000er-Club aufgestiegen. Der 38 Jahre alte Verteidiger bestritt bei den Fishtown-Pinguins Bremerhaven, 3 zu 4, sein insgesamt 1000-DEL-Spiel, ich freue mich natürlich das erreicht zu haben. Das war ja nun beim besten Willen nicht planbar, sagte Köppchen. Bei meinem 900. Spiel habe ich mir mal gedacht, die 1000 gehen jetzt auch, es ist schön, das geschafft zu haben, ergänzte er. Seine DEL-Karriere hatte er in der Saison 2001 bei den damaligen München Barons begonnen. Die meisten Spiele bestritt er für die Hannover Scorpions 384, die drei vor ihm platzierten Spieler haben ihre Karrieren bereits beendet. Spitzenreiter mit 1199 DEL-Spielen ist mit großem Abstand der ewige Kölner Mirko Lüdemann vor den Düsseldorfern Daniel Kreuzer 1066 und Niki Mond 1060, die Liste der Dauerbrenner, der DEL 1. Mirko Lüdemann, letzter Verein Köln 1199 Spiele 2, Daniel Kreuzer Düsseldorf 10663, Nikolaus Mond Düsseldorf 10604, Patrick Köppchen Düsseldorf 1000 Sternchen 5, Sebastian Fulchner Wolfsburg 965 Sternchen 6, Klaus Katan München 9357, Sven Felsky Berlin 9248, Boris Blank Iserlohn 9219, Robert Liesk Nürnberg 91510, Tino Boss Düsseldorf 914 Sternchen noch aktiv jetzt die Sport 1 App herunterladen, von Sport Informationsdienst. Klaus Katan München